»Dieses Spiel, Toni, musst du für dich entscheiden, hörst du? Sonst wird es auf ewig deine Energie binden und dein Leben überschatten. Vielleicht bist du noch zu jung, um das zu verstehen. Um zu verstehen, wie wichtig das ist.« Sie hatte recht. Toni verstand nicht genau, was sie von ihm wollte. Aber eines verstand er langsam aber sicher, ohne zu wissen, wann genau ihn diese Erkenntnis ereilt hatte. Azrael hatte richtig gelegen. Er hatte nicht das Höschen gewollt, sondern das Mädchen. Er war nur zu feige gewesen. Er hatte beim Fußballspiel nicht gewinnen wollen. Er hatte die gegnerische Mannschaft vernichten wollen. Er war nur zu schwach gewesen. All das und mehr hatte er gewollt. Aber stattdessen hatte er sich besiegen und demütigen lassen. »Toni, wenn du jemals ein Leuchtender, ein Gottgleicher werden willst, dann musst du zuschlagen, hörst du? Keine Milde, keine Reue, nur der Wille zu siegen. Du musst das absolute Recht in Anspruch nehmen, du selbst zu sein, mischte sich auch Azrael in das Muttersohn-Gespräch. Toni sah in Azraels eingefallenes Gesicht. Die tief in den Höhlen liegenden Augen glühten von einem unheimlichen Feuer. »Diesmal werde ich dir nicht dabei helfen. Ich werde dir keinen Rat geben. Du wirst es alleine schaffen und du wirst sie fertig machen. Nicht nur die Jungs. Auch der Pfaffe hat für seine Unverschämtheit einen ordentlichen Dämpfer verdient. Hast du gehört?« Seine Stimme klang weich, kindgerecht auf perverse Weise. Die Drohung, die in ihr lag, konnte Toni mehr als deutlich wahrnehmen. Er sagte nichts. Er nickte nur. »Gut. Ich glaube, du hast verstanden. Geh jetzt in dein Zimmer und schmiede deine Pläne.« Toni gehorchte, allerdings nur träge und langsam. Er wollte nicht, dass Azrael dachte, dass er Angst vor ihm hatte. »Gute Nacht, Mutter. Gute Nacht, Azrael. Geh.« Toni tat, was Azrael ihm befohlen hatte. Als er auf seinem Bett lag und an die Decke der kleinen Kammerstater, die er bewohnen musste, seit der seltsame Mann so plötzlich bei ihnen eingezogen war, sah er die Gesichter von Benno, Luca, Pietro und Philippe vor sich. Die Prügel, die sie ihm verpasst hatten, hatten körperlich nicht halb so wehgetan wie das, was Azrael mit ihm anstellte, wenn er schlecht gelaunt war oder erreichen wollte, dass Toni eine bestimmte Lektion nicht vergaß. Trotzdem, das erkannte Toni jetzt, hatte ihm die Niederlage, die Machtlosigkeit deutlich mehr zugesetzt. Azraels Schläge waren nicht voll Wut und Hohn und Spott gewesen. Sie waren nur sein Werkzeug. Und Azrael hatte Recht. Das durfte Toni diesen Pissern nicht durchgehen lassen. Sie durften sich nicht überlegen fühlen. Er musste cleverer sein als sie. Er musste sie in Sicherheit wiegen. Sie durften nichts ahnen. Morgen würde er wieder in die Schule gehen. Im Großen und Ganzen verliefen die folgenden zwei Wochen ruhig. In der Schule benahm Toni sich unauffällig und auch Luca, Benno, Pietro und Philippe ignorierten ihn, so gut es ging. Lediglich der Pater zeigte Anzeichen von erhöhter Wachsamkeit. Ständig schien sein Blick auf Toni zu ruhen, und wenn er das nicht tat, dann beobachtete er vor allem Benno mit Argus-Augen. Die anderen Schüler schienen diese ganze Angelegenheit kaum zu berühren. Einige mieden ihn. Andere, die von deren Gründen nichts wussten, drückten ihm ihr Mitgefühl ob der Fesselung an den Ochsen und der Prügel aus, was er mit teilnahmsloser Miene über sich ergehen ließ. Aber die allermeisten benahmen sich schlicht und einfach so wie immer. In dieser Zeit verabredete Toni sich sogar zweimal mit anderen Kindern, um zu lernen. Diese Nachmittage verliefen ruhig, konzentriert und freundlich, aber in Toni brodelte es noch. Die Schmach ließ ihm keine Ruhe, und auch Azrael tat sein Übriges. Es war nicht so, dass er Toni direkt unter Druck setzte, aber wenn sie im selben Raum waren, beobachtete er ihn mit seinen dunklen und doch irgendwie glutartigen Augen mindestens so intensiv, wie der Pater es im Unterricht tat. Das allerdings kam etwas seltener vor als sonst, da Azrael sich immer öfter in sein Zimmer zurückzog. Er würde dort Studien betreiben, sagte er. Toni hatte einmal, als Azrael die Zimmertür versehentlich offen stehen gelassen hatte, gesehen, dass er dort stapelweise Bücher hatte. Die hatten Tonis Neugier geweckt, und er wünschte sich, dass der Mann wenigstens ab und zu das Haus verlassen würde, damit er einen Blick ins Zimmer und auf die Schriften werfen konnte, die sich dort befanden. Sein Wunsch wurde nicht erfüllt. Azrael blieb, wo er war, und so hatte Toni keinen Grund, an dessen Aussage zu zweifeln. Mehr als einmal hatte Azrael ihm in den Naturwissenschaften ausgeholfen und schien sich gut auszukennen. Bei diesen Gelegenheiten hatte Toni überrascht festgestellt, dass der seltsame, bösartige und gewalttätige Mann ein überraschend guter Lehrer war. Daraufhin hatte Toni versucht, seinen Worten mehr Gewicht beizumessen. Dass er ihm jetzt nicht dabei helfen wollte, für einen Ausgleich zwischen Toni und den Jungs und dem Pater zu sorgen, schien zu bedeuten, dass Toni mit dieser Aufgabe geprüft werden sollte. Und gut, dachte Toni, soll er mich doch prüfen. Beim Fußballspielen hielt er sich zurück und blieb meistens freiwillig auf der Bank. Im Unterricht war er still und folgsam und so unauffällig, wie er konnte. In seinem Kopf jedoch drehten sich die Rädchen. In seinen Tagträumen sah er sich triumphierend mit nach oben gerissenen Armen über seinen am Boden liegenden Peinigern stehen. Je öfter Toni diesen Tagtraum hatte, desto verwüsteter sahen die Körper seiner besiegten Gegner aus und desto mehr dunkles, rotes Blut rann von seinen Händen über seine Unterarme hinab nach unten und tropfte auf den vom imaginären Kampf aufgewühlten Boden. Ja, das war es, was er wollte. Was er mit all seiner Seele wollte. Nur, wie sollte er dieses Ziel erreichen? So gerne er sich auch geistig innerhalb seiner Allmachtsfantasien bewegte, so wusste er doch, dass die Idee, seine Peiniger an einen abgelegenen Ort zu locken und sie dort in so etwas wie einem großen Endkampf zu besiegen, utopisch war. Und dann gab es ja auch noch Pater Bianchi. Wie sollte er ihm beikommen? Abgesehen davon hatte Azrael nicht ausdrücklich verlangt, dass er sie tötete. Einen Dämpfer sollte er ihnen verpassen. Je länger Toni darüber nachdachte, desto sicherer wurde er sich, dass er selbst mit einem Dämpfer nicht zufrieden sein würde. Es musste etwas Großes sein, etwas Glorreiches. Er musste an das tapfere Schneidelein denken, ein Märchen, das seine Mutter ihm hin und wieder vorgelesen hatte, als er noch klein gewesen war. Sieben auf einen Streich. Fünf in seinem Fall. Wenn das Schneidelein sieben schaffte, dann musste es ihm doch auch irgendwie gelingen, fünf zu erledigen. Vielleicht mit Gift oder ein Verkehrsunfall? Zwei Wochen lang überlegte Toni weiter, aber so wirklich wollte ihm keine seiner Ideen geeignet erscheinen. Vielleicht könnte ich. So verging die Zeit und Toni kam es vor, als wären die Stunden und Tage deutlich länger geworden als früher. Und dann würde ich mich wiederfinden. So verging die Zeit und ich... ...durch! ...inhalb der Vergangenheit. So verging die Zeit und ich... ...durch! Vielen Dank.